Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Waldrebe. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir hier am Mikrofon ist natürlich auch wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, heute geht es weiter mit den Bachblüten und wir starten mit einer neuen Gruppe. Nachdem wir die Gruppe der Ängste und Unsicherheit abgeschlossen haben, folgt nun die erste Blüte aus der dritten Gruppe, die als ungenügendes Interesse an der Gegenwart bezeichnet wird. Ein etwas umständlicher Name, wenn man es vielleicht zum ersten Mal hört, jedoch macht diese Bezeichnung durchaus Sinn, denn die Clematis und auch andere Bachblütenessenzen aus dieser Gruppe sind geeignet für Menschen, die verträumt durchs Leben gehen oder eine außerordentliche Unkonzentriertheit an den Tag legen. So wollen wir jetzt heute starten mit der Clematis oder wie sie auch im Deutschen eben bezeichnet wird, die weiße Waldrebe. Sie trägt im System nach Dr. Bach, die Ordnungszahl 9 und ist das Mittel für eine ausgeprägte Gleichgültigkeit oder ein ungenügendes Interesse am Leben? Ja Benjamin, man sagt oftmals auch, es ist die Tagträumerblüte. Edward Bach, der geistliche Vater dieser Bachblütentherapie, beobachtete schon zu seiner Zeit Menschen, die ab und zu einen Zustand haben, dass die Gedanken abschweifen, dass man sich nicht fokussieren kann, dass man sich mit jemandem unterhält und er antwortet nicht adäquat. Das haben wir auch heute immer mehr Menschen, vor allem Schüler sitzen im Unterricht, schauen raus, sind mit ihren Gedanken irgendwo, nur nicht beim Lehrer und bei dem, was jetzt unterrichtet wird. Und gerade solche Menschen mit solchen Gedanken, die immer wieder abdriften, die wenig aufmerksam Verwirksamkeit oder Anteilnahme für das, was unmittelbar nun vor ihnen liegt haben, könnte mit Clematis eine große Hilfe an die Seite gegeben werden. Patienten können im Grunde genommen ruhig sein, sind oftmals auch am Tag sehr langsam, dass man sagt, sie sind phlegmatisch. Das ist sogar auch im Unterricht häufig so, dass der Schüler geistesabwesend in Erscheinung tritt, so als ob er eine Nykolepsie, also eine Schlaf- oder Schlimmersucht hätte. Wir haben hier in der Tat eine Störung des zentralnervösen Nervensystems vorliegen und dieses steuert, wie ihr ja alle wisst, unsere Atmung und die Wachheit. Wir haben immer wieder jüngere Menschen, die Form eines epileptischen Anfalls haben, aber nicht ausgeprägt, sondern eher so als Petimal-Anfälle mit Verlust des Bewusstseins oder irgendwelche Zuckungen an Armen und Beinen, die plötzlich im Alltag auftreten können. Manche gehen zum Neurologen, werden untersucht, man findet nichts und immer wieder berichten diese Patienten von diesen außergewöhnlichen Sensationen. Und wenn man dieses hört als Arzt, kann man durchaus mal die Empfehlung aussprechen, Klimatis, viermal vier Tropfen dieser Bachblüte über den Tag, über längere Zeit von vier bis acht Wochen täglich anzuwenden. Und plötzlich spüren diese Menschen, vor allem aber ihr Umfeld, dass sie sich verändern, dass sie sich verbessern in der Fokussierung und dass sie auch, wenn man sie direkt anbricht, auch jedes Mal adäquat antworten als zuvor, wo man den Eindruck hatte, das ist in so einem Stand-by-Modus. Ja, aber wenn man den Stand-by-Taste drückt, dann dauert es auch ein bisschen, bis der Bildschirm oder das entsprechende technische Gerät hochfährt. Genau, das heißt also, diese Patienten, die tatsächlich mal im Koma lagen, hat man Klimatis auf die Lippen geträufelt. Und interessanterweise haben sie rasch reagiert. Zuvor Stunden, Wochen, Tage lang null Reaktion und plötzlich mit der entsprechenden Bachblüte. Und das führte auch dazu, dass Edward Bach Klimatis extra mit in seine Notfall-Tropfen-Mischung, in seine Rescue-Remedy-Mischung getan hat, weil er fest davon überzeugt war, dass Klimatis diesen Zustand des Tagtraumes beseitigen kann. Ja, und nicht unerwähnt sollten ältere Kinder oder Jugendliche sein, die immer so eine Portion Romanze mit im Spiel haben. Sie sind ständig verliebt, schlafen viel und kommen morgens kaum aus den Federn. Wenn man die genauer betrachtet, so ist ihr Antlitz ausgeprägt blass. Sie haben auch mitunter Eigenschaft, sehr empfindlich auf Geräusche zu reagieren, sind unachtsam und stolpern häufig. Also auch Kinder, die so über einen großen Onkel laufen, wenn man so schön sagt, auch denen könnte Klimatis beispielsweise helfen. Oder auch jene, die in so einer Phase der Krankheit sind und gar nicht mehr an die Heilung glauben, wo dann auch sagen, ja, es wäre doch schön, der Tod käme. Auch hier könnte Klimatis Stabilität verleihen. Auch bei denen Patienten, die plötzlich geistesabwesend sind, in so einer Art Katalepsie, wie wir es ja auch von Politikern kennen, die plötzlich vor dem Mikrofon im Gespräch den Kopf fallen lassen und dann wieder zu sich kommen. Also hier, in all diesen situativen Zuständen kann Klimatis erfolgreich eingesetzt werden und es besteht in keiner Weise eine Wechselwirkung oder gar eine Nebenwirkung. Ja, Benjamin, und dann könnte ich dir eigentlich von einem Schüler von mir berichten. Der Patient bei mir war, ist so in der dritten Klasse. Und wenn man die Mutter fragt, sagt sie, der Lehrer sagt, er wäre ständig mit den Gedanken irgendwo. Er könne den Sohn kaum im Unterricht halten, dass er ihm folgt. Er ist nicht dumm, aber er ist partout nicht bei der Sache. Wenn man ihm dann sagt, du sollst das und das tun, dann zeigt er eine gewisse Abwehr gegen etwas Neues, das ihm unbewusst ist und die Mutter berichtet darüber hinaus, dass der Bub sehr, sehr viel Schlaf braucht. Er geht abends um acht ins Bett, schläft meins bis um sechs und um halb sieben, sieben erst steht er dann auf, sodass er gerade noch rechtzeitig auf sieben Uhr 45 zur Schule kommt. So, und was habe ich ihm gegeben? Clematis viermal vier Tropfen und innerhalb von sechs Wochen hat sich der Zustand von dem Buben komplett geändert. War er zuvor schon nach der halben Stunde Unterricht eher nur abgeschweift, konnte er bis zur sechsten Stunde im Unterricht aufmerksam folgen. Nach einem halben Jahr der Behandlung mit Clematis bescheinigte ihm der Lehrer sogar eine Verbesserung im Verhalten und gab ihm eine Zwei. Zu Hause erledigte er plötzlich die Schulaufgaben rasch und vor allem, es war der Familie Friede wieder harmonisch, denn jeden Tag mit dem Sohn rumzukaspern, dass er jetzt endlich anfängt, seine Hausaufgaben zu machen, ging der ganzen Familie gegen einen Strich. Nun, im Sommer wurde er dann erfolgreich in die vierte Klasse versetzt, das war zuvor in Frage gestellt worden. Insoweit kann man sagen, also die Bachblüten helfen tatsächlich, die Gedanken zum Fließen zu bringen, sie zu fokussieren und zum Wohle der Menschen jederzeit einsetzbar, das sind die Bachblüten. Also, mit der vierten Klasse bekam er sogar noch die Empfehlung, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Das bedeutet also, hätte er jetzt die Bachblüten nicht bekommen, schlitterte er meines Erachtens komplett in eine Sackgasse und da wäre er nie wieder rausgekommen und dann hieß es natürlich, ja klar, er soll auf eine Sonderschule gehen, beziehungsweise eine Förderschule, dann hätte er halt einen einfachen Beruf ergriffen, Handwerker oder sonst was und so kann vielleicht noch aus dem ein kluger Kopf werden. Tja, warten wir es ab, ich kann euch in 15 Jahren berichten. Die Bachblütenessenzen enthalten in der Regel Alkohol, das sind alkoholische Tropfen. Was gibt es da zu beachten, wenn Kinder Bachblüten bekommen sollen? Die gibt man in ein Glas Wasser, lässt sie eine Viertelstunde stehen, rührt mehrmals um, da ist der Alkohol abgedampft. Also das ist absolut harmlos. Ich erwähne immer wieder der Apfelsaft. Und das Brot hat genauso Alkohol, was die wenigsten wissen und deswegen die kleinen Mengen, die die vier Tröpfchen Bachblüten morgens, mittags, abends haben, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also greift beherzt zu den Bachblüten, aber am besten immer zu der richtigen. Erfahrungswerte zeigen, dass gerade bei Kindern die Bachblütenessenzen sehr erfolgreich sind. Daher lohnt es sich, sich einmal mehr auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn ihr hier tiefer einsteigen wollt, so können wir euch Peters Sonderband Nummer 5 empfehlen. Das ist der gelbe Sonderband von der monatlichen Zeitschrift Naturarzt. Dieser Sonderdruck, in dem einige Bachblüten sehr intensiv behandelt und besprochen werden, könnt ihr beispielsweise über Peters Homepage unter peter-emrich.de ganz einfach bestellen. Ja, und so danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcast oder Spotify oder ein Abonnement bei YouTube. In jedem Fall vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.